Ich bin gerade an dir zu trauen, aber jetzt hat Kane höchstpersönlich dich eingeteilt. Er glaubt, du schaffst diesen Job. Die GDI hat einen nuklearen Sprengkopf. Frisch eingeflogen und laut Geheimdienst noch nicht mal ausgepackt. Da du ja so brillant bist, schleichst du dich mit einem kleinen Trupp in den GDI-Stützpunkt und holst die Kiste da raus, wenn du das schaffst. Und wenn du Glück hast, wartet draußen einer meiner Hubschrauber. Die GDI hat einen nuklearen Sprengkopf. Die GDI hat einen nuklearen Sprengkopf. In Ordnung. Bestätigt. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. Einheit verloren. Bestätigt. Einheit verloren. Jawohl. In Ordnung. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. In Ordnung. Verstärkungen sind ein Einsatzziel erreicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.